Denn in diesem System müssen sie sich natürlich auch bewegen und auch ausdrücken können. Ich habe keine Ahnung. Die Bilder von dir möchte ich nicht löschen. Fachenglisch ist eine Frage, die heute auf die arbeitende Bevölkerung immer weiter zukommt, denn in diesem System... Leber, wasch Brot. Ich bin aus Baden-Württemberg. Muss halt auch, aber... Ich kann nur Hochdeutsch. Es lässt mehr Fantasie zu. Also in dem Fall einfach nicht gekommen. Manches ist tatsächlich auf der Tonspur etwas Interessantere, als es zu sehen. Sie kann nur Hochdeutsch. Ich kann nur Hochdeutsch. Das haben wir dann wieder gemacht. Wenn Worte meine Sprache wären, könnte ich dieses Bild nicht malen. Wer ist es halt? Frau Erkenner. Die hat die Spange gesetzt, aber keine Fußpflege gemacht. Die hat den Ding von mir gemacht, den Melan. Leber, wasch Brot. Die Bilder von dir möchte ich nicht löschen. Und die Podologin, die macht es auf Krankenkasse, ja? Wer ist es halt? Frau Erkenner. Ich möchte deine Bilder auch nicht löschen. Leber, wasch Brot. Den Kunden zur Podologin geschickt. Was? Und zweitens, sich einen adäquaten Chirurgen besuchen müssen. Was? Erstens, ihren Rechtsanwalt beauftragen müssen. Was? Ich bedanke mich für Ihre fachliche Hilfe. Vielen Dank. Keine, keine, keine. Maschine. Bei uns werden Sie geholfen. Gleichzeitig. Du fährst los ein Porsche. Ich bin eine arme Sau. Leber, wasch Brot. Das bist ja nicht du, ne? Okay, ist drauf, ist drauf. Alles. Du hast doch alles, was du dir wünschst. Ich bin eine arme Sau. Testansprache, Testansprache, Testansprache. Ja, alles klar. Perfekt, perfekt, perfekt. Bladehemd. Hohn oder die Bewegung? Ich kann nur Hochdeutsch. Es lässt mehr Fantasie zu.